Wenn wir in der Bibel über das Volk Gottes lesen, dann fällt uns auf, dass es immer wieder unterwegs war. Immer wieder von einem Ort zum anderen gezogen. Wanderschaft, Veränderung, das war etwas, was das Volk Gottes wirklich prägte. Und was mir noch aufgefallen ist, das ist, dass Gott immer dabei war. Als sie in der Wüste unterwegs waren, ging der Herr vor ihnen her und er ging hinter ihnen. Er war ihren Nachhut. Er war in der Wolkensäule bei ihnen und in der Feuersäule. Das heißt, Gott war immer dabei. Auch in unserem Leben gibt es immer wieder Veränderungen. Auszug, Umzug, in etwas Neues gehen, Altes zurücklassen. Und oft stelle ich fest, dass wir damit Stress haben. Dass es uns Stress macht, alte Dinge loszulassen und in etwas Neues zu gehen, Neues zu wagen. Aber genau dieses Neue, diese Veränderung, das ist etwas, was Gott selbst in unser Leben gelegt hat. Wir sollen nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt sind und irgendwie so statisch festbleiben, sondern wir sollen uns verändern, erneuern lassen. Erneuern ist ein Wort aus dem Neuen Testament. Veränderung ist ein Prozess, in dem wir uns immer mehr verändern lassen durch den Heiligen Geist, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und wir sind in diesem Veränderungsprozess nicht alleine. Wenn du jetzt an einer Weggabelung stehst, vielleicht an einem Punkt, wo du in etwas Neues gehen sollst, wo du weißt, da kommt etwas, da kommt etwas Neues, aber du fühlst dich noch nicht so bereit dazu. Du fühlst Stress, du fühlst dich irgendwie so in dem Alten verhaftet, in alten Beziehungen. Ich möchte dir Mut machen, dass du mit Jesus in diesen neuen Schritt gehst, dass du mit ihm in dieses Neue hineingehst. Er wird dich begleiten. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch bis an das Ende der Tage. Du bist nicht alleine in dem neuen Schritt. Du kannst es mit ihm wagen, auch in dieses neue Jahr reinzugehen, in alles, was in diesem Jahr in deinem Leben passieren wird. Alles, was neu ist, wird eine Herausforderung für deinen Glauben sein. Und du kannst dich ganz neu im Glauben ausstrecken, dass der Herr dabei ist und dass er es gut machen wird. Er wird die Dinge vorbereiten. Er wird die Schritte vorbereiten, die du gehen sollst. Und ich möchte dich ermutigen, mit ihm heute ganz neu die Dinge anzupacken, ganz neu dich damit zu beschäftigen. Wie wird Jesus das machen in meinem Leben? Und fange heute schon an, dankbar zu sein, dass er dabei ist. Dankbar, dass er die Wege vorbereitet. Dankbar, dass er dich und dein Leben in seiner Hand hat. Ich weiß, Gott hat mehr für dich. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020